so ist man mal gucken irgendwie habe ich das probleme mit dem sound im spiel jetzt geht es okay so damit zu kommen zurück zu erst mal ins ja wir starten jetzt die nächste mission ich weiß gar nicht mehr aber jetzt muss gehen alles okay so die marschallinseln kampagne ist in mehrere phasen unterteilt von denen jeder angriff auf bestimmte inseln vorsieht während viele andere links liegen gelassen werden die aktuelle phase umfasst die eroberung der in sind der kam war ja was kam war ja nein ok und roll namur ich liebe so nahmen das ist einfach göttlich japaner hatten keine ahnung dass die antifischen fahrzeuge korallenriffe durchqueren können um auf der lagunenseite des atel zu landen und haben ihre verteidigung stattdessen auf die ozeenseite der inseln konzentriert also hier oder so oder hier ja ok also hier haben dann wo dann nichts man die wo damit ja ok so in der nächsten phase in der nächsten phase liegt unser hauptaugenmerkmal auf die ins weg und talk und pari in weg tock atoll dort sollen ein weiterer flugplatz und ein hafen errichtet werden und die angriffe auf die marianen nordwesten zu unterstützen da die japaner auf diesen kleinen voraninseln keine bereits keine bereits verteidigungssysteme realisieren können und zudem durch unsere wiederholten luftangriffe geschwächt sind haben sie sich in dünn verteidigen haben sie sich in dünn verteidigen haben sie sich in dünnen verteidigungslinien entlang der küste aufgestellt damit man das muss ich auch was muss ich da alles erobern ich sehe schon kommen so nach dem ersten weggegeben wurden die marschallinsel unter die herrschaft japans gestellt folglich können wir mit einem sieg hier in den äußerst ring des japanischen kaiserreiches knacken ok das wird was das wird was ok lassen sie zu checken ok was also zu das ding fließen sie die Phase innerhalb fließen sie die erste Phase innerhalb von 15 Runden ab was ist denn die erste Phase oh je das ist mal die Frage ich kann hier gar nichts machen okay gut dann machen wir hier 2 wir machen eine Landung wenn da würde ich eine Landung einer Seite machen oder ja weil das bringt nichts an zwei Seiten rein zu gehen hier haben wir die Schiffe kommst du hier hin und du kommst hier hin lass mich mal kurz die Versorgungslage ist hier echt beschissen auf der Insel okay dann gehen wir mit 3 hier hin die Versorgungslage ist echt auf dieser Insel beschissen wie sieht es denn hier eigentlich aus auch nicht viel besser aber es geht ein bisschen besser okay ja okay okay ähm okay ähm du hier hin Panzer komm hier mit mobile Artillerie ja eigentlich nicht weil hier ist alles sehr eng wir haben hier Schiffe die bräuchte ich hier nicht erstmal Infanterie hier hin Infanterie hier hin da unten haben wir auch richtig also hm obwohl hier ne nicht ob ich hier ein Versorgungsding hinsetzen die werden auf sich hier aber auch voll allein gestellt hier machen wir das mal so was habe ich hier möglichkeiten also aufzustellen du kommst erstmal in die zweite Reihe ich könnte aus dir doch ein Panzer machen oder ja dann haben wir einen zweiten Panzer er hat Erfahrung auch wunderbar hier oben würde die Artillerie voll und ganz ausreichen so du hier hin die Frage ist was ist die erste Phase das ist halt jetzt so diese Preisfrage wo ich habe kann ich ja nichts aufstellen ne da rüber fahren das ist ja Wahnsinn bin ich ja unterwegs einfach und ich habe aber auch keine Versorgung wo das hier jetzt scheiße okay wir müssen es erstmal so machen ich muss erstmal hier die Inseln holen und dann gucken dann klitzig runden ich denke dass die erste Phase wirklich diese Insel hier zu oben oder die ja was ist die erste Phase okay wir haben hier Luft oh Gott ja dann hier hin hier hin hier hin gut aufklärung hier hin Bomber 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 Träger kommst hier mal mit ich noch Plätze frei ähm ja da würde ich sagen dann holen wir mal noch einen taktischen Bomber machen wir hier Bomber ja haben wir einen Jäger ja gestellt gekriegt äh Gruppen mit Florian prima hu mit juh we r am man Mh so okay machen wir es mal so bin ich echt gespannt jup wir sind hier im Plus das ist mal gut hier drauf okay so ich gebe dir auch noch mal was hmm okay geht hoch geht hoch so landung hier und hier und hier hier hin hier hin hmmm hier macht die Aflorin wird gesessen so du hast okay vielleicht kriegen wir hier schon einen vorstoß ich bin mal gespannt was uns da hinten erwartet dann kann ich dann wieder truppen aufstellen ja oder ich krieg gestellte truppen an den beiden das war böse ja das problem ist die haben jetzt da keine versorgung stimmt das habe ich total 8 gelassen ja weil der gibt ja keine versorgung so du hierhin so so das kann man ja macht ihr kommt doch nicht hin ne der kommt da nicht hin so ok so den flugplatz haben wir hierhin hier drauf gut tja phase 1 was ist phase 1 also phase 1 kann ja nur das hier sein weil ich sehe jetzt sonst nichts weil ich kann ja hinten nichts machen ich könnte da hin ne kann ich nicht weil das ist hier zu ja bin ich mal gespannt also wir haben 15 Runden für den ganzen Kram hier sollte aber machbar sein ok wir sind ja hier schon mal durch gleich ja ja geht da drauf ok boah 3 Schaden scheiße die wir halten aber auch nicht aus so gut hierhin hm höll ich abfahrt dass mich hier keiner kappt okay hier drauf sehr schön so okay geht hoff. So. Hier durch. Hier durch. Mist. Und... Und hier hin. Du hast schon. Und hier hin. So. Das habe ich vergessen. Den Aufklärer hier genau. Okay. Gut. Aber der Vormarsch läuft ganz gut jetzt an. Das Problem ist halt, dass hier die Einheiten hier unten kurz gebunden sind. Oh, das Ding hatte ich jetzt noch nicht auf dem Gewirr. Okay, jetzt raus. Wir gehen hier runter. So, dann... So, dann... Okay, der hat sich leider nicht zurückgezogen. Das war so jetzt nicht gedacht. Danke. Nicht gleich thinly. this lattice bent. Nee. Genau. Gut. Gut. Scheiße. Okay, hierhin. So, hierhin, hier kommt hier lang. Okay, hierhin. So, hier drauf. Okay, heieieiei. Und dieser eine Zeitdruckplanung, wo du hast. Da oben ist auch zäh wie etwas. Okay. Okay. So, hier lang. Dann den hier weg. Hierhin. Kriegen sich jetzt nicht da weg. Wahrsam. Okay. Machen wir jetzt das. Fangen wir jetzt an, hier zu räumen. Ja. So, dann als nächstes. Warte, warte ich noch. Hier auf jeden Fall. Da komm ich eh nicht ran. Jetzt räumen wir hier die Gebiete. Auf Plätzen das Gebiet hier räumen. Okay, hier drauf. Hierhin. So. Ähm. Ja. Holen wir den jetzt mal weg. Okay. Da oben ist jetzt nicht mehr viel. Na, das war ja voller Erfolg. War ein richtiger Erfolg. So. Okay, dann würde ich sagen, hier drauf. So. Wir kommen jetzt an, schon mal hier oben zu bomben. Ã. Gängig. Nein. So, hier lang, Artillerie rückt nach, gleich hier, das hätten wir. Jäger, ja, komm mal hier drauf, gut, hier im Süden, läuft das ganz gut an alles, so, dann. Gucken wir schon mal hier an, so, hier kriegt das hier hoffentlich hin, hier hin, du hast das ist schon okay, machen wir das. So, ja, dann ist eigentlich nur noch das Gebiet hier, ne, das kriegen wir so hin. Okay, ach, du hast noch gar nicht okay, hat aber nichts benutzt, okay, so, ah, Mist, fuck. So, ich gehe lang, da möchte ich jetzt aber auch nicht einfach so reinrutschen. So, ne, ne, da möchte ich jetzt nicht unbedingt reinrutschen. Dann warte ich lieber noch eine Runde ab. So, dann. Okay. Okay. Dann kommen wir ein bisschen hin. So. Hier lang, kann man da, hier hin. Okay. Okay. Hmm. J'ai trop. Hmm. Okay. Okay. So. Nein. Nicht schon wieder. Ich würde sagen wir schicken die Luft auf einmal zurück. Dann bin neugierig was mich als nächstes erwartet. So. Das Gebiet hier. Oh. 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 So. Das war's für heute. Nee. Und hier. Du kannst meinetwegen hier mal bleiben. So. Ich hab' ich noch gar nicht benutzt. Okay. So, dann. Ah, ich kenn' kotzen. Diese Dreckszimmer hier sind so ätzend. Die schick' ich auch mal zurück. Die Jäger mal hier raus. Den kannst du hier nachsetzen. A3. Hm. Okay. Das ist da unten irgendwie leider zäh. Und zwar richtig übelst zäh. So. Hm. 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 das ist nicht zu fassen, da ist ebenfalls irgendein scheiß Bunker noch so so in der nächsten Rund können wir das dann machen, da können wir jetzt nichts machen da haben wir schon, na ich hätte sich auch da oben hinschicken können, da oben ist ja auch ein Flugplatz ok, komm, da gehst du jetzt auch da oben hin so, dann ok, wunderbar, alles beräumt, dank der Erfahrung, die wir in den Schlachten um die Havaa und Maikin Atoll gesammelt haben, konnten wir die Insel Havaia-Line oder wie immer das genau ausspuffen und Ohl-Namua schnell unter unsere Kontrolle bringen die Ressourcen, die wir dabei gespart haben, stehen nun für die Angriffe auf die Insel Havaia-Line und Pari zur Verfügung Ressourcen, wo wir gespart haben Oh nein, 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 sag jetzt nicht, ich muss die verladen Oh, bitte nicht Ich hoffe nicht, dass es jetzt das ist, was ich befürchte Operation Jabola Nach dem erfolgreichen Abschluss der Operation in Atoll stehen die Invasionsgruppen für die nächste Phase in der Marschall-Kampagne den Angriff auf das Aiwa-Toll bereit Aiweto, 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 ja irgend sowas Ok, ähm, jetzt kann ich hier wieder einsch... ok So, lass mal gucken Hab ich hier... ja, hab ich Geht jetzt nur noch für diese Insel, ne? Ach gut, das ist ja echt nicht viel eigentlich Also, wenn ich hier wirklich plötzlich meine ganzen Truppen da wieder hinstellen kann Dann machen wir das So, dann bin ich hier... ähm, du kommst hier hin Infanterie Ich würde sagen, das kriegen wir auch alles in einem Part hin, weil... wie lange geht denn der Part jetzt eigentlich nicht lange, oder? Ah doch, schon 30 Minuten, echt? Na, pass auf, dann mach ich jetzt hier noch die Ausstellung und dann machen wir diese Mission da im nächsten Part Jetzt geht doch das mal ganz schneller Ok, du kommst dann, ähm... ja, hier hin So, hier hin So, hier hin Mal gucken, wir müssen ja auch die Versorgungsdinger da auch noch positionieren Weil Versorgung ist ja hier Wirklich mangelbar, deswegen würde ich sagen, machen wir die Aufstellungen hier Ja, das passt dann Ja, das passt dann So, Zuläfte und Versorgung in der Hinsicht Ähm... Ja, ich würde sagen, für da oben reicht's Ähm, hier kann man noch... sich mit einbinden Ja, und dann haben wir noch zwei Punkte und dann kann man hier die Arturie noch mitnehmen So, dann... Aufklärer Haben wir... na, wir haben Evakuierungspunkte hier Ja, dann geht das Ok, dann würde ich sagen, Luftwaffe Oh, wir können direkt starten, perfekt Mal gleich, aber das werden wir den Part nicht mehr machen Ach Mist, das habe ich... Ach so, ich bin ne Bombe Hab ich das total übersehen Ach, das war jetzt dumm, ja Das war jetzt einfach nur scheiße dumm Ja, ok Gut, Leute, aber ich mach hier nen Cut Wir sind schon bei knapp 35 Minuten Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und dann holen wir uns diese Inseln Bis dann und... Ciao